aus amerikaner mein freund batz war gut da wo die ssr mason 6 oktober 1963 schritt 1 die schlüsse herrn du bastard komm mal herr jung genauso komm herr keule der längste weg beginnt mit dem ersten schritt die schlüsse herrn jetzt nehmen wir von kutta was ist schritt zwei drei vier die die sieben die 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 lager und schlagen uns den weg durch wir sind freunde der letzten folge war ich ein bisschen leise und die aufnahme ein bisschen laut ich hoffe dass es jetzt besser und die aufnahme ist nicht zu leise also der ingame sound aber das sehe ich danach ansonsten werde ich es wieder ändern schritt zwei jawohl vorgott sergue hat sich dann spitzerkult können sie dem amerikaner trauen auf jeden fall er und wir wir sind uns in wir sind alle soldaten ohne eine armee betrogen vergessen verlassen in wakuta sind wir alle brüder gut gesprochen lassen auf eine letzte wache mir schwand ungutes das das ist für alle männer blanker selbst macht man kann den sieg nicht ohne opfer erreichen messen wir russen wissen das besser als alle anderen ich bin mal gespannt schritt drei feuer regen schritt aufgabe ist es also links und rechts die flanken zu sichern ohne selbst das kreuzfeuer zu kommen das sind gefangenen in ruhe schritt 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 wenn man dann noch links und rechts angegriffen wird und vor allem so ein geschützt ist aua 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 Was ich ja für schellen krieg schritt Drei! Feuerweg! Mit Mäßens Eisweißreichtum wird Schraub zu Waffen! Zierfüllt! Boah, nice! Dann entscheide ich mich dann doch lieber fürs Freisein. Also Resnov, wo lang? Bartz, die aufgekickt. Vergehe! Den Waffenschrank aufbrechen! Mason, auf den Turm und unterstützen Sie den Aufstand im Süden! Jawoll! Sehr geil, du machst das schon! Neue Information aufgenommen! Perfekt! Oh, eine Schleuder! Oh, das habe ich so gehasst! Weil ich das in der Regel absolut drauf habe! Wir haben alle unser Blut für unser Landverlust! Vom Winkel her! Und jetzt, oder? Jawoll! Nummer 1! Übrigens, er erkennt das hier vielleicht wieder! Im Prinzip spielt die Map, glaube ich, auf Radiation oder Radiation spielt auf dieser Map in diesem Lager. Und als Berlin fiel! Wie hat man es uns gedacht? Man hat uns nicht auf Begeisterung erfangen! Sondern mit Lichtraum und Lager! Holen Sie sich eine Schrotflinte! Vielen Dank, Jungs! Hier lang! Verwaffnet euch genossen! Bald wird Verstärkung am Hauptwaffenlager eintreffen! Oh, ein Paar schrot finden! Wie erreichen wir Schriften? Hier geht's! Waffe ist weit bereit! Auf das Schloss, Mason! Vorwärts, Männer! Brennen wir diese Spelen noch nieder! Hurra! Hurra! Ich bin tot! Bin wahrscheinlich selbst in Schrotflinte gelaufen! Nein! In einer zweitenetzung, gleich gestorben! Das ist ein bisschen peinlich! Ach, es ist nie was passiert, Leute! Das ist... Die Illuminaten sind schuld... Hier haben wir auch eine AK gehabt, oder? Ja. Nehme ich uns die gute AK. Da komme ich dann doch noch ein bisschen besser klar. Bin schon dabei, ich arbeite dran. Ich krieg ja auch gut Schellen. Wo ist du hin? Holy fucker shit. Wo ist Männer, der Weg ist frei. Ist hier wieder was? Informationen oder so? Ne. Wahrscheinlich gab es ja eh noch einmal was. Das hab ich schon. The fuck? Tod. Was soll ich? What the fuck? Ich kam da rein, hab einen Hit gekriegt, war schon halb tot und kam nicht mehr raus. Okay nochmal. So. So. Geklappt. 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 Ich sollte nicht so vorstürmen, aber ich bin es gewohnt, dass das ein bisschen einfacher ist. Dann sind wir in die Kampagne. Ein bisschen fordern soll es ja sein, aber dass es so schwer war. Also, es ist ja nicht schwer, aber... Ich muss ein bisschen langsamer vorgehen. Das ist alles. Aua. Da oben steht einer. Puh. Wir drücken vor die Schweine. Keine Gefangenen genossen. Keine Gefangenen genossen. Sie wollen das Waffenlager abriegeln. Stopp sie! Weiter feiern! Sie wollen die Tür verriegeln! Boah, geschafft. Oh, nee. Nein. Nein. Ich kümmere mich drum. Tür wird aufgemacht. Tür ist offen. Das ist offen. Na oben! Los! Das ist offen. Sie haben es versucht! Sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht. jetzt kann auch schwingen wir schaffen sie aber nicht schützen sie rassloff oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin stress noch nicht auf mich schießen von hinten alles klar verstanden los genossen schützt stress noch auf die tür junge ich arbeite ja dran komm schon freuen sie sich an den minigun schick todbringer 999 schuss der vergelt schon ist überhitzt ok das muss halt kurz abkühlen gut wobei gehen leider auch ein paar teamkameraden drauf die munition los durchs gas verdammt kommen schon sie setzen immer ziel erfüllt die tür wird sie nicht ewig abhalten wir haben wenig zeit der heuchlerischen dekadenz von vorkutas anführen liegt der schlüssel zu schritt acht der іт die exakt der der kampflos lassen die uns nicht sehen das habe ich mir gedacht ich bin schon unterwegs stress noch keine angst jawohl schön darauf hallo ich will fahren dann gehe ich ja ganz geschützt aber was ein ding wir kriegst du uns die hoff ich da ist er oh mein gott der verrückte für eine ganze weile sie haben mich getestet ich ließ mich nicht brechen und das war es dann auch mit dieser mission vielen dank fürs zu gucken und bis zum nächsten mal